Musik Gemessen am Platzrating stehen Sie nun auf dem Abschlag der leitesten Bahn Ihrer Runde. Doch unterschätzen Sie das Loch nicht, bleiben Sie fokussiert. Ihr Ziel sollte es sein, die grünen Mitte zu treffen. Dann haben Sie bei jeder Fahnenposition eine gute Chance auf das Paar. Links vom grünen ist ein tiefer Bunker, in dem Sie mit Sicherheit nicht landen wollen. Er ist schwer zu spielen und gibt die Bälle ungern wieder her. Auch hinter dem grünen befindet sich ein Sandhindernis, aus dem man aber leichter wieder freikommt. Musik Achten Sie beim Putten auf die vielen Brakes. Sonst? Na ja. Musik 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 Musik